Wow, wo sollen wir da bloß zuerst hingucken? Die niederländische Königsfamilie entführt uns in einen Farbrausch. Rot, Weiß, Blau, Türkis und Gelb, Maxima und ihre drei Töchter sehen einfach phänomenal aus. Bei ihrem Besuch in Sevilla posieren die Royals in landestypischen Flamenco-Outfits und stehlen jedem anderen Gast die Schau. Vor allem Kronprinzessin Amalia zieht alle Blicke auf sich. Mit einem eleganten Blick über die Schulter scheint sie die Fotografen hypnotisieren zu wollen. Aber auch ihre Schwestern Ariane und Alexia sind wahre Hingucker. Kein Wunder, dass Mama Maxima ganz stolz auf sie schaut. Für die hübschen Teenager ist die Reise nach Sevilla sicherlich auch sehr spannend, denn genau dort, vor 20 Jahren, lernten sich ihre Eltern kennen und lieben. Was für eine wunderbare Idee, dass nun die ganze Familie zurückgekehrt ist.